Hallo meine Lieben, ich möchte euch in diesem Video zeigen, ein leckeres und schnelles Dessert mit frischen Erdbeeren, mit Löffelbiskuit, also Kekse, und mit Joghurt, Laktosefrei, und 1-2 Päckchen Vanillinzucker. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Die Erdbeeren habe ich gewaschen, jetzt werde ich sie vorbereiten, um sie zu pürieren. 2 Päckchen Vanillinzucker hinzufügen, und weiter nur noch ganz wenig umrühren. So sehen die aus, jetzt die pürierte Erdbeeren. Jetzt werden wir in jedes Glas 2 Kekse, 2-3 Kekse klein machen. Jetzt habe ich hier 2 Kekse klein geschnitten. Dann kommt die Erdbeeren drüber. Dann Joghurt, Laktosefrei, 2-3 Löffel. Dann dekorieren wir mit einer Erdbeeren. So sehen die aus, unsere schöne Erdbeeren Joghurt Dessert mit Löffelbiskuit. Ich hoffe, dass mein Video euch gut gefallen hat. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß zum Nachmachen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.